Willkommen zurück zu Mario Maker 2 Story Mode. Im letzten Part haben wir ein wenig weiter aufgebaut. Oh, der Hund will was von mir. Ja, das ist jetzt etwas länger als ich das zuletzt gespielt habe, vielleicht auch merken konnte. Zuckern eine Woche, ja oder so. Also bitte gibts nichts neues. Okay. Das überrascht mich gerade, dass der Hund um was wollte. Ich würde jetzt eigentlich ganz normal weitermachen, so wie immer jetzt über Level spielen. Aber irgendwas will da rund. Wollen wir doch mal schauen, was los ist. Wow, wow, wow. Ich habe einen Auftrag für dich. Äh, wow. Wow, dankeschön mal. Okay, der Kettengreifer greift mit Eifer. Ah ja. Was ist das für ein Reim? Sehr geil. Wow, wow. Ich habe einen Auftrag für dich. Auf meinem Weg beim Gassi gehen werde ich immer von Kettengreifern gegriffen. Zeig mir mal, wie ich an den vorbeikomme. Von Rücken gekommen. Also vom Undo-Dog. Wow, wufs. Braves Herrschel. Ah, ich liebe einfach den Hund. Der ist cool. Er reicht das hier, ohne von Kettengreifern gegriffen zu werden. Oh. Alles klar. Ah. Din, 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 din. It's my higher. Du, 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 du d, du, 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 du... Du, 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 du. Du, 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 da-ратa-Blue-du, da-da-da-da-dup-da-da-da, du-da-dup-da-da-da... Hilfe. 테iner Geủform. Äh, Neustart. Was, ich? Oh nein, das ist hier auch so, dass man... wenn man Resett Dilater's dann stirbt. Ach komm, Spiel. habe ich nur fünf versuche hier okay sorry guys ich bin nicht so gut was was mache ich ich wollte abbremsen aber ich rutsche hier so dabei ist es noch nicht mal eisblöcke unter mir gewesen da waren nur normale blöcke oder rutscht man generell immer diesem stil nein luigi kein bock auf dich vor dem pilz nehmen wir uns mal mit okay okay wo sie mich konzentrieren vielleicht merkt man das ist mir leid dafür die folge wird eventuell auch etwas kürzer weil die letzte war ja 25 minuten aus versehen oder waren 24 20 minuten ich weiß es gar nicht mehr das einzige was ich weiß dass die folge 3 ist und jetzt heute sehr viel vorlauf vor aufnehmen muss das ist ein zuhause weg ando dog was denn da los dass du den zuhause weg ok 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 klettern 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 nicht nicht sterben ja auf die coin kacke ich jetzt ich habe angst ok ok wie jetzt noch heute noch greifer oder kann ich bei dem einfach unten durch pushen also halt so ja das klappt ok 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 nein 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 ok ok oh gott es ist gar nicht so einfach ziel yes da 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 ich habe gewonnen ich habe gewonnen yeah first try ja gut das war nicht first try first try yeah ja ich habe mich so viele minzen bekommen daraus aber das war jetzt auch nicht mein ziel ich wollte den hund glücklich machen ach schön wir bauen ja momentan da hinten was ich habe hier ganz vergisst noch mehr wow 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 ich habe einen neuen auftrag fertig wow wow evakuierung im panzer wow wow in letzter zeit ist es nachts immer so windig und regnerisch bitte bringen mir irgendwas worunter ich mich verstecken kann ok ich kann es da mal versuchen ich glaube das sollte man eigentlich noch gar nicht machen ich glaube das sind zu hardcore aufgaben oder erreicht das sie in einem knochentrockenpanzer damn was nein scrolling level scrolling level was ich dachte ich hätte verkackt ich dachte oh lol längst schnell 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 ölülülülülülü figured halt ich eigentlich mit dem lingen ich dachte ich denke wo ich sterbe hier hier sind münzen ok runter runter hier runter münze gash oh gott Gott ich hoffe das ist jetzt gut ich habe hier jetzt etwas lauter gemacht weil folge doch etwas leise tut mir leid dafür auf jeden fall ich lebe noch das ist ja zumindest schon mal ein erfolg würde ich mal so behaupten hier runter ja muss hier runter münze mitnehmen und schnell 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 hierüber ja okay super und dann hier nach links und dann rechts aber ich konnte nicht warten als ob ich jetzt als ob ich muss von vorne alles tut mir leid ok warum dauert das level auch so lange also die idee vom level finde ich cool aber das kann man etwas ausbauen dass das will ich mal so erwähnen weil das ist jetzt etwas langweilig ist einfach nur ja geht doch recht so versuch jetzt nicht zu sterben weißt du da finde ich hätte man vielleicht noch mehr machen können ich meine klar ist noch sehr viel zum beispiel hier sind diese stacheln und all das na aber und hier sind diese kugel willis aber ich weiß nicht ich finde man hätte das bestimmt noch etwas erweitern können bist du was ich meine aber sonst ist dasselbe ziemlich nice ist ja auch von nintendo durch so ich ignoriert mal die kreuz hat ja vorhin schon gesammelt habt ihr gesehen wenn ich nach unten drücken dann rollt er so das ist schwer das ist wirklich schwer aber ich habe es jetzt ich habe es nice was hier lang okay oh 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 das ist ein troll was ich bin ich habe das gar nicht gemacht so meine frene wir sind ja an ort und stelle wo ich abgekratzt bin jetzt kann ich durch da ist eine 30er coin oh nein ich hab die verpasst die war so easy zu bekommen einfach nur durch okay ich will es jetzt einfach nur noch schaffen yes 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 ich bin einmal noch gestorben irgendwo am anfang sorry sorry das wollte ich nicht ich weiß nicht was das gerade laut war und ja war knackig und ich habe dafür irgendwie nur weniger geld bekommen lol was ist das denn ist das eine hütte oder so aus flügel eg fertig juhu 19 prozent was ist das denn da ist es ein haus ich habe noch einen auftrag für dich auch kommt doch nicht so guter morgen stüßen die kettenhunde sind los da gibt es da gibt es ein item für ich gucke es mir gleich noch mal an okay ich habe nur gesehen dass sendungen was gespawnt ist hatte das der 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 radiergummis gespawnt aber ich bin mal ganz kurz das ist noch mal priorität gucken ob ich mir irgendwas kaufen kann also ich brauche noch 1000 ok dann lasse ich mal in ruhe so zu dir komme ich gleich ich mache erstmal die aufgaben vom underdog fertig und ja ja ich finde das hört sich ganz gut an so ok gibt sogar kostüm für die kettenhunde sind los mein üblicher weg beim gassigen ist voller kettenhunde bin ich habe wie man dadurch kommen zu springen viele übliche wege hast du bitte ist doch so erreicht das hier und den boden zu berühren nachdem wir einfach verlassen das bitte war es darf nicht springen ok unten durch ja ok ich darf nicht springen ok 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 ich will mal sprechen aber ich darf nicht springen und nein und nein ich sehe es schon kommt das wird fies das wird online das ist mega fies oh gott was mache ich gegen den ich weiß es nicht egal ich bin raus wo das ist das ist so viel warum schrei ich rum warum was ist los mit mir hilfe tun mir leid jung so mädels dafür jetzt will ich raschen wir sehen uns gleich ok moment der wahrheit was mache ich gegen den hier ok 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 verdammt verdammt ok der jump da immer raum ran heißt ich kann mich doch hier ja genau ok was mit dir los genau genau yes aber ja ich hab's und zwar nicht jetzt bei dem toad reset kleid ich würde mal sagen die klamotten die man hier in diesem story kommt die kann ich euch mal zeigen erhaltende baumeisterkleidung kannst du in levels aller welt einsetzen nice aus rücksicht neues Ok das ist nun nach haus ich vermute mal als hier gibst es nicht mehr na ja na ja ok ich kann euch ganz kurz zeigen so sieht das aus so sieht das kleid aus nicht ganz cool ich mag das hat was ja ich lass das mal an für ein wenig warum nicht ist auch das erste kleid was ich habe in diesem spiel oder doch ja doch schon egal weiter geht's soll die folge wird nicht mal so lang weil es wieder gesagt eine kurze folge ja machen mit ihm weiter okay dann würde ich sagen machen wir mit dem radio me weiter rubbel rubbel ja du willst sehr gerne habe ich recht hey kleiner du hältst dich ran was vielleicht gibt es hier in der gegend ja auch für einen kerl wie mich was zu tun ich sollte mich mal umsehen also dann bis später okay rubbel rubbel alles klar to die to die ja schon paar aufgabe von mir aufträge natürlich okay dann zeigt mal was du hast riesen kugel willi kannonade hahaha diese krisen kugel willis werden eine überraschung für mario sein er wird nach oben gucken nach unten und zur seite aber sie werden aus der tiefe kommen jetzt brauche ich nur noch einen versuchskanidchen wer traut sich gibt auch kohle falls ihr überlebt papa von anonym ah ja wahrscheinlich vom jr habe ich habe ich recht jetzt geht wieder springen ich bin für die world okay alle coole aufbau bisher ich kann hier um lenken sorry ich war jetzt voll davon abgelenkt dass ich um lenken kann dass ich nicht aufgepackt habe das überleiten bei der werde ich das mal ein paar folgen vor aufnehmen deshalb kann ich jetzt welche hilfreichen tipps schreibt was in jemand macht ich sehe wie komme ich da ich weiß ich reinkommen das habe ich auch noch nie gewusst ich kann er einfach so aus zuvor herausgefunden ist ja nice noo hat die blöcke zerstört oh nein meine armen blöcke da oben nichts okay dass ich lieber dass ich lieber hilfe das auch mal so ein level bauen überall so cool wie ließ im hintergrund wo geht es lang und dann gibt es was ach so hier ist boden okay alles klar die lüte 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 nice muss er heute fertig schneiden ich habe immer noch nicht genug geld haben muss ich noch einen auftrag erledigen toddy ach schau mal die aufgaben werden hier sogar aufgelöstet von dem hund wildes gewippe ich habe ja ein paar wippen aufgebaut um einen schönen trim dich fahr zu erschaffen falls sich auf einer wippe bösewichter breitgemacht haben hilft vielleicht eine stampfattacke auf die andere seite um sie weg zu katapultieren einfach springen und den stick nach unten bewegen der sportlehrer ach der sportlehrer der gute alle sportlehrer da können wir jetzt wieder über sport reden na wie ist euer sport in eurer schule bei mir ist es gar nicht mal so schlimm zum glück ich höre immer von leuten wie schlimm doch sport bei denen sei aber bei mir habe ich zum glück nicht so einen schlimmen sport warum auch nicht auf die kann ich nicht raus springen das ist kein für die world soll hier lang ich folge mal den feilen bei nintendo kann man den fall immer für das firma vertrauen hoffe ich mal ich verstehe schon boing und dann kann ich rauf ja dann kann ich hier rein war da war ich noch nicht rein doch ich will da rein da gibt es was aber mama okay noch nicht jetzt kann ich das jetzt auf ihn drauf springen die wippe ändern bis sie nach oben zeigen bärm ach dann halt nicht es sind nur zehn münzen wenn es 30er dann wer ist der aufwand wert aufwand wert aber so nicht ich wusste jetzt nicht ob da unten noch boden war oder nicht so habe ich kurz gebremst gibt es nichts was soll ich machen stammattacke oder was das funktioniert das ist cool oh nein da gab es unbestimmten star können oder egal ist jetzt auch nicht wichtig mache dann oh yeah nice ok leute dann würde ich sagen fehlen mir fehlt mir eine coin wie immer aber wenn sich gefallen hat das so eine positive wertung da und ich habe beim nächsten mal wieder rein bei mario maker oder auch anderen sachen auf meinem kanal und ja gut dann noch und schön